Berlin, 3. Februar 1973. Dornröschen pas de deux mit Margot Fontaine. Sous-titrage MFP. Dornröschen. Margot Fontaine über Heinz Bosel. Seine Intelligenz, nicht nur Ballettgespräche, alle möglichen Themen. Seine Beobachtungs- und Nachahmungsgabe, scharf aber nie roh, immer liebenswürdig. Margot Fontaine über Heinz Bosel, den Tänzer. Ungewöhnlich seine leichten Sprünge, es schien schwieriger für ihn wieder auf den Boden zu kommen, als hinauf. Seine großen Erfolge, harter, ernster Arbeiter, nie zufrieden mit sich. Die beautiful Pirouettes. Und er würde sagen, oh, es ist nicht richtig, es ist nicht richtig. Er war immer, als er arbeitet, er nie fühlt sich zufrieden mit seiner Arbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017